Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ich glaub, ich hab gerade rausgekriegt, wie ich hier weiterkomme bei mir. Ich hab ein Dollar. Ich hab ein Dollar. Ich hab ein Dollar. Hey, hey, hey. Ich hab ein Dollar. Ich hab gerade rausgekriegt, wie ich's nicht schaffe hier. Oh, endlich weitergekommen. Oh, wo war's hängen geblieben. Oh, jetzt muss ich diese scheiß Orang-Utan-Maske da kriegen. Oh mein Gott, ich hab's sogar geschafft. Ohne die schaffe ich diese Feuerstelle nie im Leben. So, und ich bin wieder ganz runtergefallen, Junge, ey. Boah. Der Vater ist ne Hurensohn. Ich bin fast 7, 2 mal gestorben. Was hast du gesagt? Ey, Junge, ich hasse dieses verfickte Spiel, Alter. Ja, kann ich was. Hätten wir nicht Let's Race Hello Kitty Online, Alter, oder Barbies brauner Ponyhof, Junge? Ne, war zu einfach. Boah, Alter, ey, wenn du die Stelle hast, dann wirst du jetzt die Stelle, wo ich grad bin, übelst hassen. Crash Bandicoot. Code. Crash Bandicoot. Das war ein schlaues Mundspiel, hohoho. So, ist mir scheißegal, was du sagst, ich sage, ich save state. Die hab' ich auch nicht gesagt, dass du ruhig machen. Dann muss ich das hier immer hundertmal wieder machen. Hab' ich gesagt, ganz ruhig machen, ist kein Problem. Mir zu blöd, Alter. Nur ich hab' da immer wieder Neuro-Spiel, hab' ich keinen Bock drauf. Es guckt sich auch kein Mensch an, Alter. Fuck man sich schon nur ab, würde ich mir auch nicht angucken, so ein Scheiß. Ich glaub, die Leute freuen sich drüber, wie du dich eher abfackst. So, Bonus-Level. Hä? Was denn? Ach, nix. Ich bin gerade gekommen, weil das Spiel so geil ist. So. Ah, warte mal, hier gab's doch ein Trick. Ich hab doch letztes Mal sogar ein Trick rausgefunden, ne? Ich weiß jetzt nicht, was du rausgefunden hast. Oh mein Gott. Das ist grad voll spannend, warte mal. So, noch ein save state, wie so ein Hundesohn machen. So, 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 so. Auf nur mal sicher, Alter. Kein Bock, das jetzt hier 30 Mal nochmal zu machen. Nein, jetzt hab' ich das Ding verschwendet. Und direkt mal hier laden. Oh, das Teil schaff' ich sowieso nicht. Oh mein Gott. Äh, wie soll das denn mit dir gehen? Wie soll was gehen? Die Fresse. Frag doch nur, du Bastard. Boah, das war knapp. So, ich glaub, jetzt kommt die Stelle. Das Spiel ist ein dreckiger Hur. Endlich hast du's eingesehen. Ich hab's schon davor eingesehen. Ich war jetzt einfach nur lustig, dass du mal zu spielen. Schon voll lang ich mal gezockt habe. Ich hab mir gedacht, dass da irgendwie was lustiges ist. Voll witzig, das ist wirklich cool. Massimo, das ist so witzig. Was? Ey, Junge. Oh, endlich, endlich. Oh. Hat doch noch 100 Jahre gedauert, ey. Du bist bestimmt schon beim End-Boss. Nee. Aber ich bin, glaub ich, bei nem Boss jetzt hier. Also, ich bin nämlich Level Koala Kong. Aha. Ja, das ist ein Boss. Okay. Ich hab noch nicht mal den zweiten Boss-Fight gesehen. Boah, glaub ich... Mutteralter, das ist random, der zweite Boss-Fight. Boah, ich hab mir gar nicht, die sich so lange durchführen. Ich hab mit der Bisch-Kotze. Volle Konzentration. So geht also der Boss-Fight. Mein Name ist Mario. Willkommen bei Jackass. Hallo, Mario. 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 märie 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 ich werde mit öl geschrieben ja und mit märie meine mussten wieder ja ja wir haben es kapiert du machst bodybuilding das ist die stelle was habe ich getan was habe ich getan ja wir haben es schon ein bisschen koala ja meine güte wieso zu dieser karl ist aufgepumpt was ich sage wenn man das weiß wie das geht man kann irgendwie in den hintergrund springen ja ja manchmal habe ich auch gemerkt gibt man schon so kleine sag ich mal bugs doch sozusagen quasi so kleine stellen wo du einfach mal drauf springen kann sowohl das eigentlich dürfte ist aber selten dass du sowieso ist ja mr brockhaus ich habe gesagt mr brockhaus schon das block ist natürlich fliegt das fall das opfer der fiktchen arsch alter er wurde in der schule war uns immer geschlagen was das denn hier sind einfach vier kisten noch nie auf der schule klar auf einer baumschule ich liebe bäume bäume sind voll toll wir müssen ein bisschen freuen fällt aber um das dynamit her ich hab's geschafft fick deine mom ich hab's geschafft alter ich hab das level geschafft ich kann jetzt safe state los tue es ich glaube ich mache lieber nochmal load load file damit ich das nochmal machen kann jetzt bin ich auf ne andern sohn auf ne andern insel unfassbar ich hab so lange dafür gebraucht ich hab so unverschämt lange dafür gebraucht das gibt's nicht alter boah du kleiner Hurensohn von koala bär ey ich muss jetzt an der stelle auch noch safe state damit ich nicht hinkriege nein ich kriege ich ohne safe state hin up the greek ich kann's kaum glauben ich hab wieder 7 leben um dich zu besiegen du Bastard mich? nein den Bastard koala hier oh vielleicht soll ich da noch wirklich sehen war wieder so ein mieses Wasser Level alter egal wenigstens nicht mehr dieses scheiß Sprung Level das hat mich ruiniert aber was rutscht der da runter ist der scheiße oder scheiße ey scheiße du meinst mich eh deine Mom das ist meine Bitte ich brauch unbedingt was zu essen alter boah ich hab auch voll hunger ey ich auch ich hab noch zwei Scheiben Salami ich glaub ich mach mir gleich Gänseklößchen Gänseklößchen mit Rotkohl schnell gemacht Gänseklößchen Gänsebraten mit Rotkohl Gänseklößchen macht der Jungs sich der Jugendorn sich Gänseklößchen macht Gänseklößchen macht Gänseklößchen kleiner Hurensohn hab ich erwischt hä du kleiner Hurensohn ne ich grill den Jimmy nein häng nicht wow Träger Bastard warte wir grillen den Jimmy also ich ich hab auch Bock drauf kleiner Hurensohn komm wirf deinen scheiß Stein du kleiner binderter Bastard Deine Familie wird von den Chinesen gefressen oh Idiot reden wir jetzt wieder bei dem Jimmy nein diesen scheiß Koala den ich grad gefickt habe Hurensohn ah deine Fresse du Bastard boah ich sollte meinen Mund schließen der trocknet aus solltest du vielleicht Wasser trinken naja ich hab so einen ekelhaften Branden das ist schon nicht mehr normal ey boah ich bin auf der dritten Insel ey boah ich kann nicht glauben Junge ey ich hab doch so ne Fratze du Hurensohn ey wofür hab ich diesen Kopf alter damit der mir helfen soll warte ich hatte auch ne Fratze eben achso wenn du runterfällst bringt der dir nix übel ne mich hat ne Affe berührt ich bin trotzdem abgekratzt ja weil du dich berührt hast ja wie ich hab doch so ne scheiß Fratze da aber der Affe hat dich berührt ah deine Mom hat mich auch berührt ja zwar seelisch boah Junge ey da ist der wieder so da DEI MOTHERFUCKER was bist du so ein Drecks von der Metallist ich hab doch noch nix getan ich bin ha 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Spasti hm boah endlich mal ein reiches Level ey boah Booyaka 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 619 WTF How much does your mama cost? Less than your mama. Your mama has weekend offers 0.25 cents Holy shit Holy moly Mr. Fed Bonus round Out Deiner Mom Das war knapp Cool Ich hab's nicht geschafft. Ich bin so gut. Nein ich bin so unfassbar Oh NEIN Ich finde ich sollte Spiele Tester werden Mit mir hat man bestimmt Erfolg Ich finde ich sollte auch so einen Ruckspiel Dann sage ich mir die Spiele auf so einen Ruckspiel So wie das hier Egal, wenigstens kriege ich das Leben direkt wieder Wie viele Leben hast du? Ich habe 8 Oh, das ist ein Wunder Ich habe mal mehr als du Ich hatte eben 0 Ich hatte auch 0, jetzt habe ich 11 Oh mein Gott, ich habe das Level geschafft Oh, pass auf, der Kerl springt ja von diesen Dingern zu Dingern Der hat aber in bestimmte Reihenfolge, wie der springt Das heißt, ich glaube, der hat nur 3 Leben oder so Beim ersten Mal springt der, keine Ahnung, in diese einen Reihenfolge Beim zweiten Mal in diese einen Reihenfolge Er springt immer, also jedes Mal hat er eine Reihenfolge, aber er bleibt immer dabei, verstehst du? Du kannst mir nicht mal sagen, wie ich ihn töte So, du springst auf dieses Dynamit, dass es dann vor ihm landet und explodiert Was soll ich da nicht drauf springen? Oh, das erklärt natürlich einiges Deswegen sage ich das, du musst ja die Reihenfolge merken, wie der springt Ja, ja, leck meinen Arschlauch Damit der dir nicht ins Gesicht springt, halt die Fresse und was das schäftig werden Und dann nehmen das Dynamit anklicken, dann springst du weg Und dann das Dynamit vor seiner Fresse und dann boom, kabumm Oh, hängen geblieben, Alter Da hat er noch toll aus Was ist das für ein irrer Hurensohn, der hat da 100 pro Pet gezogen, Alter Wer? Na, dieses Vieh hier, Junge Ja, hast du nicht gesehen, dass er schon so eine Bestan hat, Alter? Ey, der springt immer weg Ja, deswegen musst du Oh Gott Deswegen musst du ja auch seinen scheiß Reihenfolge da merken Das ist wohl nicht dein Ernst-Spiel Wie oft muss man den treffen? Dreimal? Mit so einer Dynamit-Stange? Na, ich bin ins Wasser gefallen Ich hab den auch schon dreimal Und Spaß Äh, zweimal Dreimal könntest du ihn ja nicht haben, sonst Ja Müsst du alles wissen Ich wünsch'n Für wen hältst du dich, Junge? Für Archimedes, oder was? Ja Ja, wohl, dass du irgendwie nix damit zu tun hast Oh, du Hurensohn, ich war doch auf sein Tour Der lacht wie so'n Freak, Alter Du musst verstehst eigentlich an dieser Weste nach Du verstehst eigentlich nicht an deiner Mama Alles Cool, ich hab'n Bug hervorgerufen So hast du den Runde gut Das ist voll der schwule Endpost, mal ganz im Ernst, ja Das ist kein Endpost Bossfight dann halt, ey Merk dir das doch mal Leck mich doch einfach mal am Arsch Das war jetzt irgendwie lustig und komisch zur gleichen Zeit Ich meine seltsam Ich meine Mario-Schul Platz doch in seiner Nähe Aha Raste doch aus Naja, was ist das für ein Hurenbockiges Spiel, Alter Alter, als wir klein waren, war das voll das geile Spiel, Mann Ich weiß auch nicht, was Besiegt! Wer hat dich besiegt, hä? Wer ist dein Daddy, Alter, du Hurensohn? Ich nicht Raste raus, Mario Mir brennt so die Fresse, Alter, vom Scheißbier, ne? Ja, dann trinkt mehr Wasser, das ist das Problem Alkohol entzieht Wasser dem Körper Trinkt die ganze Zeit Cola, das bringt's auch nochmal Ja, das ist, äh, Cola ist immer schlimm Wasser schmeckt aber irgendwie nicht Ja, ist mir klar, aber wenn du trinkst, solltest du dann vielleicht mehr Wasser konsumieren Aber wer bist du, Mutter Teresa? Nein, ich bin allwissend Ja, ich bin allwissend Ich bin allwissend Vielen Dank.